Gabriel Knight Teil 2 Gabriel Knight Teil 2 Sehr schön Jetzt schauen wir erstmal nochmal kurz hierher Da gibt's nichts Neues Da gibt's Eigentlich auch nichts Neues Ne? Hier im Tagebuch gibt's gar nichts Neues Obwohl wir jetzt doch schon einiges rausgefunden haben aus dem Dings Ja gut, egal Jetzt gehen wir doch mal wieder hierher und lassen uns das Ganze übersetzen. Hallo, Aday. Hast du noch etwas anderes? Ich habe das Kirchefile. Excellent. Lass mich das sehen. Was ist das? Das ist in Englisch. Es ist von einem Verlager in Buenos Aires. Es ist an der St. Georg's Church. Die Date ist 1764. Was ist es? Es ist eine Request für Informationen über die Death von Baron Klaus von Rallig. Es ist für die Familie. Ich glaube, jemand hat es gesagt. Und schwarzer Wax wird von schwarzen Wolf drauf sprechen. The Last Confession. The Rollick family took the symbol of a black wolf to represent their great skill at the hunt. Let me see. Klaus von Rollick says that he lived up to the family symbol too well. His friends nicknamed him the Black Wolf, but he confessed it was more because he was prideful and treated his villagers and women very badly. He was much feared. The Baron confesses that a life of sin brought the werewolf curse upon him. Ah, listen to this. A gypsy camp, Hungarians, came to Alfing one day. He wanted one of their young women. He had her brought to his castle by force, and there he... Raped her? Raped her, yes. He intended to release her, but before he did, the girl killed herself. The next day, an old gypsy woman from the camp cursed him, saying that he was to become the shape that his name and his crimes showed his heart to be. I see. Soon afterwards, her curse came about. Klaus von Rollick began to change, to run at night as wolf, to kill and eat human flesh. He begs forgiveness from God and from his wife and son. He says he welcomes his punishment, if only it will pay for his sins and save his family from further pain. Hmm. That is all that is written. Wow. Thank you. Anna! Return this to Father Getz for you. Thank you. Good luck to you, young lady. Eh, and to your Schottenjäger. Hmm. Hm, auch interessant. Gibt's jetzt was Neues? Hm, nö. Ah, doch. Vielleicht sollte ich einfach so abklicken. Ja. Da findet man doch noch ein bisschen mehr als, äh, Dings, wenn ich einfach, ja, ich hab vergessen, als so umzulegen. Ah, egal. Rathaus-Rekorde. The black wolf caught in 1750 was brought to Rittersburg in order to give it time to regain its human form. They wanted to identify it. Rathaus-Rekords. The wolf was kept in the Rathaus-Dungeon. Rathaus-Rekords. The werewolf was tried and sentenced to death. He died in town. Rathaus-Rekords. The black wolf that was brought to Rittersburg did transform back into a man. He was identified as Baron von Rallick from Alfing. St. George's Church Records gives Baron von Rallick's last confession. Says before he became a werewolf, he was a real SOB and was nicknamed the black wolf. Also had a black wolf on the von Rallick coat of arms. Says he became a werewolf when cursed by a gypsy to live up to his name. Am I going crazy? The black wolf is who Christian Ritter was warning Ludwig II about. But that was 1864 and von Rallick died here in 1750? Do all werewolves call themselves that? Definitely need to find out more about the 1864 black wolf if possible. Ja, da stimmt irgendwie was noch nicht. Weil entweder hat er es doch überlebt, aber anscheinend hat er es ja doch nicht überlebt. Und ja. St. George's Church Records. There was a letter in the von Rallick file from a lawyer in Buenos Aires. He was requesting information about the case for the family. The envelope had a black seal featuring a wolf. Christian Ritter's Journal confirms that he was after a werewolf and had connected it him with someone called the black wolf. Doesn't look like he ever got him though because the entries end there and his date of death is given as 4 March 1864. Same date as the letter. If he died for the letter, it was in vain. The original is still sitting here. I'm pretty sure, Ludwig never saw it. I guess that old Ritterkers was doing its thing. So, das war's. Jetzt, glaube ich, haben wir so gut wie alles erforscht oder nachgeforscht, was wir machen können im Moment. Glaube ich. Jetzt müssten wir nur noch Gabriel einen Brief schreiben. Lass uns doch mal noch mal mit Werner Huber reden. Vielleicht kann der uns doch ein bisschen mehr sagen. Ich glaube es nicht, aber wir probieren es mal. Herr Huber? Ja. Ludwig der Zweiter. Do you know anything about King Ludwig the Second? Of course. Everybody knows about Ludwig. He was the last true King Bavaria hat. Why do you think I hang his portrait? Or that article on the wall? Do you know what that is? That is from the Munich newspaper the day after the King died. My great-grandfather saved it. It has been handed down to every first son. That is what Bavarian think of Ludwig. Oh, was kann er noch oft drüber sagen, über den Ludwig? Was war Ludwig so? Warum ist er so beurteilt? Oh, er war ein Genie. Er hatte eine große Meinung, du weißt. Er hat Kasteln gebaut, das ist was er gemacht hat. Und er durfte auf die Kasteln gebaut, bis sie ihn töten. Wer hat ihn töten? Dann, die Politiker. Sie sagten, er war verrückt. Sie haben einen Doktor, um ein Doktor zu schreiben. Sie haben ihn verletziert. Sie haben ihn verletziert. Dann, was er passiert? Was denken Sie? Sie hat ihn töten. Sie sagten, es war ein Suizid. Aber ich glaube, es war ein Mörder. Ich habe nichts, was zu sagen, zu ihm zu sagen. Also, das ist King Ludwig II. von Bavaria. Ich habe keine Ahnung, was das sagt. Ich habe keine Ahnung, was das sagt. Es sieht aber auch alt. Ludwig II. Er sieht, als wäre er in seinen 30ern, als er dieser schildert wurde. Ähm, nicht Grace, gerade geben, damit sie es hinschicken kann. So, haben wir hier irgendwie noch was? Nix Neues, nix Neues, nix Neues, nix Neues. Barclay noch anrufen? Ich glaube nicht, dass der uns weiterhelfen kann. Wir probieren es trotzdem mal. Na doch, es geht. Es geht. Hallo? Professor Barkley? This is Grace Nakamura. I'm calling from Germany. Germany? I thought you were in New Orleans. I was, but anyway, it's rather important or I wouldn't have bothered you. Do you know anything about King Ludwig II of Bavaria? Well, that's a hell of a thing to ask a man in the middle of the night. Uh, late 1800s, right? Yes. Uh, this isn't really my field, uh, but I think he was crazy or something. I wish I knew. Do you know anyone who specializes in German history? Yeah, I have a friend at the University of Berlin. I'll ring him. What's your number there? It's 4989-555-7878. Okay, I'll call you back if I remember this conversation in the morning anyway. Great, sorry again. Thanks, bye. Bye. Wie praktisch, dass der gerade ein Telefon direkt neben dem Bett hat. Ich könnte es nicht haben, ehrlich gesagt. Wenn es dann klingelt, während ich dem im Bett liege. Äh, nee, das muss nicht sein. So, können wir jetzt Gabriel was schreiben. Okay, Knight, ich habe deine Forschung. Okay, Knight, ich habe deine Forschung. Und die Bücher schickt sie auch gleich mit. Ich glaube nicht, dass Gabriel die lesen wird. Jetzt, ich brauche nur irgendwo, um es zu senden. Ja, fragen wir mal, Gerda. Oder geben es ihr, dass sie es verschickt. Moment, ich muss jetzt doch was einstellen. Die Musik kann man ja ein bisschen leiser machen. So, die war nämlich doch eik, eik laut, auch wenn sie sehr selten ist, aber manchmal ist sie doch sehr, sehr laut. Und kannst du es ihr einfach geben? Ah ja, das geht. Oh, Mann, oh Mann, Grace, Grace, Grace. Grace und Gerda. Ich glaube aber, die Musik in den Videos selber kann man nicht beeinflussen, weil die war schon wieder ziemlich laut. Habe ich jedenfalls jetzt gerade den Eindruck. Na ja, gut. Grüß Gott. Grüß Gott. Womit kann ich Ihnen dienen? Wir können dir das ja geben. Das Päckchensohn nach Muschen gehen. Sieben Markfälzig bitte. Du hast doch bestimmt, genau. Dankeschön. Bitte sehr. Das wird ihm etwas zu schüren. Das wird ihm etwas zu schüren. Gutten, Abend. Gutten, how are you? Is this the castle of the Schottenjoggers here? Yes, but I'm... Oh, exciting! Come along, Emil. We are so thrilled to be here. Emil said, it's the 1990s, for heaven's sake. The Schottenjoggers are probably long gone. Well, of course they aren't, I said. A family like that doesn't just dry up and blow away. The good Lord's put his mark on them. Who are you? I was just wondering the same thing, dear. Neither of you girls look like the heroic type. But who am I to judge? God chooses his soldiers. And who am I to put in my two cents? No, we're the Smiths from Merrimack, Pennsylvania. This is my wife, Merle. You can call me Emil. My husband. If I don't get right to the point, he'll get there for me. It's nice to meet you both. Uh-huh. Well, how did you hear about the Schottenjoggers? Oh, we're demonologists. My wife makes it her business to know a lot about a lot of different things. She's a regular, what you call, occultist scholar, aren't you, Mother? That's right. I read about you all when I was studying an old witch trial last spring. And I have been dying to get over here ever since. Well, so nice of you to stop by. But I'm afraid the Schottenjager isn't here right now. I'll let him know you called, though. Oh, no. And I was so hoping to talk shop. We fighters' darkness are so rare these days. Don't I know it can't scare one up to save your soul? It's not your fault, Missy. I told Merle to call before you came. People just don't take you seriously unless you're standing right there. You know that, Em. Well, it's rather late. And if you're driving, you might as well, you know, go out right now. Don't worry about that. Yeah, we're going to spend the night at the guest house in town. Stop by tomorrow, won't you, dear? You and I can exchange stories at least. We'll see. Well, come on, Merle. Ladies are tired. I think we've ought to go. But, Em. Come on, now. Let's go. Good night, ladies. Good night. Good night. Yes! What's wrong? It's not your fault. This just happens, ma'am. I'm sorry. I'll get her some water. Give me your hand. I see. I see danger. Someone close to you is in danger. Gabriel? I see something. Something like a wolf. A black wolf. Don't you worry, miss. My Merle is going to be all right. This just happens sometimes. That's all. It just happens. Come on, Merle. Let's go. Come on. What happened? I don't know. Die zwei sind einfach klasse. Die zwei Dämonologen. Ich mag die irgendwie. Die sind so durchgedreht. Ähm, ja. Auf jeden Fall fangen wir jetzt Kapitel 3 an. Und es geht zurück zu Gabriel. Gabriel? 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 Ich mag die einfach. Was für ein Traum. Oder Vision. Kann man jetzt schlecht sagen. Das kann man jetzt sehr, sehr schlecht sagen. So, aber ich finde, das ist doch erst auch ein schöner Abschluss für diese Folge. Und in der nächsten Folge können wir wieder mit Gabriel spielen. Dann gehen wir vielleicht erstmal zum Übergrow. Und schauen mal nach, ob die Post von Grace schon da ist. Ich glaube nicht, mich zu erinnern, dass sie schon da ist. Wobei man da sagen muss, jetzt ist die Post ziemlich schnell. Egal. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.